Norddeutscher Rundfunk Das könnte es nicht ausgehen, jawohl! Im Fernachstieg haben wir eine neue Siegerin, 11.83! 10.99, das ist die Zeit geschehen, das könnte es nicht ausgehen, jawohl! Ja, heute ist es auf jeden Fall ganz besonders eine große Herausforderung, weil heute ist Pickelhart, aber ich habe ja schon geschraubte Kanten und ich denke einmal, ich werde schon im Mittelfeld dabei sein. Ja, Zell am See und Kaprunn kenne ich ja von meiner Jugend, da habe ich meine Jugend hohe E2O verbracht, aufgrund von Kitzsteinhorn, wo ich immer sehr viel trainiert habe im Sommer. 12, 15, 27! Super! 24! 24! 24! Eine fabelhafte Festzeit! Sammels! 25! 25! 25! 25! 27! 31! 9, 10, 5, 4, jetzt knowledgeable! 1, 10, 1, 5, 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7 ... ... wird verrückt! 5, 7 ... Busserbach in 19... 11, 0, 8, 9 bis 3! Wir befinden uns hier! Wir befinden uns hier! Wir befinden uns hier! Wir befinden uns hier! Hallo, meine Güte! Danke, dass du hier bist! Ich möchte mich bedanken! Ich schiebe mir 10 an 10! Auf Wiedersehen!